Leute, ich möchte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen in Bezug auf mein letztes X-Defined Preload Video. Das wurde fast durchweg richtig positiv aufgenommen mit über 5000 Aufrufen. Ich möchte euch ein paar Neuigkeiten mitbringen über einen Leaker, einen Dataminer und auch sämtliche News-Plattformen berichten darüber. Und ich möchte euch zeigen, warum ich der Annahme bin und auch war, dass meine Version eine Vollversion ist. Und es ist eine Vollversion. Es ist keine Beta. Ich möchte euch zeigen, wie ich überhaupt dazu kam, zu überlegen. Mensch, guckt doch mal, ob X-Defined überhaupt am Start ist. Und wie gesagt, ich habe Informationen. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich dachte, es ist schon draußen. Das dachte ich ursprünglich wirklich, dass es vielleicht überraschenderweise rauskam. Auf Twitch habe ich einen Peak auf X-Defined gesehen mit über 100 Zuschauern. Und da dachte ich, Mensch, irgendwas ist komisch. Das hat mich zu der Annahme gebracht, jetzt gehst du doch mal in deinen Playstation-Store. Achtung, das ist jetzt die Version, die ihr im letzten Video gesehen habt. Da gab es ja einige, die berichtet haben, Faker und bla und keine Ahnung, Fake News. Irgend so ein Blödsinn. Es gibt halt immer noch toxische Menschen, die nicht respektvoll in den Chat schreiben. Du, das sind Fehlinformationen. Irgendwas ist falsch. So kann man mit mir schreiben. Aber keine Ahnung, dieses ganze Gehäte geht mir eh am Arsch vorbei. Also zu, ich würde sagen, 99% wurde das Video trotzdem positiv aufgenommen, auch wenn es vermeintlich scheinbar kein Preload ist. Aber ich zeige euch jetzt, Achtung, ich lösche jetzt vor euren Augen am 15. März 2024 diese Datei. Damit ich euch kurz zeige, wie ich der Annahme war. Es kann tatsächlich sein, dass es daran liegt, dass ich die Beta gespielt habe. Jetzt gehe ich in den Playstation Store und gebe hier X-Defined ein. Mehr muss ich, glaube ich, gar nicht eingeben. Und zack, voila, da ist die Datei und da steht Neuankündigung. Hier steht nichts von Beta. Und das Kuriose ist auch, was heißt kurios? Es ist einfach nur gerecht, wenn ich in meiner Playstation App auf dem Handy auf diese Datei dann gehe, steht dort Vollversion. Und nichts mit Beta. Und deswegen, meine Lieben, kann ich euch sagen, ich habe einen Preload. Es kann tatsächlich daran liegen, das haben einige geschrieben, einige haben auch gesagt, hey, das ist doch schon lange am Start. Es kann aber wirklich daran liegen, dass ich die Beta gezockt habe, dass in den Dateien irgendwo im Hintergrund erkannt wird, Achtung, das Spiel war schon da. Und es soll wohl auch die Information geben, dass aus der Beta die Vollversion geworden ist. Das kann ich euch so aktuell nicht genau sagen. Aber ich habe euch jetzt mal kurz auf die Reise mitgenommen, warum ich davon ausgehe, dass es ein Preload ist. Und ihr seht, es ist keine Beta. Zu 100% nicht. Soweit sollte es klar sein. Es haben einige von euch auch geschrieben. Es wird schon wieder verschoben. Es kommt doch nicht im März. Es genießt natürlich diese Information mit Vorsicht. Es kann wirklich sein. Oder es wird wahrscheinlich so sein. Vielleicht wurde es wieder verschoben. Ich habe keine Ahnung. Es gab sowieso keinen offiziellen Release Termin. Aber ich möchte euch den Leak mal einblenden. Auf den sämtliche News Kanäle im Internet und auch YouTube Kanäle jetzt Bezug nehmen. Ein Dataminer hat nämlich behauptet. Achtung, X-Defined Preload. Der offizielle Preload für alle Plattformen. Übrigens auch PlayStation 4. Die Frage kam nämlich im letzten Video, was wirklich geilermaßen trotzdem gut ankam. Auch wenn es für die meisten eigentlich scheinbar eine Fehlinformation ist. Gut an. Und da kam oft die Frage, kommt es auch für die PlayStation 4? Soweit ich weiß. Ja, wenn du es googelst. Release, X-Defined für welche Plattform. Da steht auch die PlayStation 4 und die Xbox One mit dabei. Also gehe ich davon aus, dass auch für die alten Konsolengenerationen das Spiel rauskommt. Wie gesagt, 30. März 2024 soll der Preload sein. Und jetzt kommt der Hammer. Das finde ich ein bisschen frech, wenn das stimmt. Wenn du eine Ubisoft Plus Mitgliedschaft hast. Habe ich ergoogelt. Kostet wohl 18 Euro oder 17,99. Der eine Cent. Scheiß drauf. Dann kannst du das Spiel am 31. März wohl schon zocken. Und der offizielle Release ist dann am 4. April. Und hier steht, der Shooter von Ubisoft kommt wohl schon am 31. März. Am 30. März startet wohl eine Art Preload. Für jetzt steht dann da Ubisoft Plus. Kann also sein, dass der Preload nur für Ubisoft Plus Mitglieder ist. Bis zum 3. April kann man dann mit dem Abo zocken, bevor X-Defined am 4. April final released wird. Das ist der Leak, auf dem sich gerade sämtliche Quellen schmeißen. Beziehungsweise nicht Quellen, sondern News-Kanäle. Wenn es dort wieder neue Informationen gibt oder irgendwelche Dementis, dass es doch nicht so ist. Einige von euch wissen es scheinbar besser und haben andere Quellen. Haben gesagt, Mark Rubin und noch irgendein anderer Name, den ich mir jetzt leider von Ubisoft nicht gemerkt habe. Dass die jetzt vor kurzem getwittert haben oder geäxt haben. Weiß da geil, wie man es heute nennt. Dass es schon wieder verschoben wird. Ich habe auf diese Kommentare sofort nach diesen Posts gesucht und habe leider nichts gefunden. Deswegen kann ich es in meinem Video jetzt auch hier nicht bestätigen. Oder keine Ahnung. Wir müssen einfach abwarten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die positive Resonanz auf zukünftige X-Defined Videos, was die News betrifft, weiterhin so bleibt wie im letzten Video. Auch wenn da, wie gesagt, nicht alles 100% so safe war, wie ich das dachte oder interpretiert habe. Aber ich denke, mit meinem Beweis jetzt hier, würden das die meisten genauso interpretieren. Ob fehlinterpretiert, ja oder nein, spielt erstmal überhaupt kein Lagerkasten. Deswegen, wie gesagt, hoffe ich, dass die X-Defined Community weiterhin so nicht toxisch bleibt wie die Apex Community. Die ist nämlich richtig hässlich mittlerweile geworden. Und es wäre geil, wenn wir hier weiterhin zusammenfinden. Also, habt ihr Bock auf mehr Informationen, News zu X-Defined? Bleibt am Start, abonniert den Kanal, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Start ins Wochenende. Und ihr hört definitiv von mir, wenn es Neuigkeiten zum Release gibt, in hoffentlich spätestens zwei Wochen. Spätestens. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschau.